Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Iron Free to Play Together HD in Deutsch auf keinen französischen Servern hier auf YouTube und der spielt immer noch nicht alleine du darfst auch was sagen bei stelle ich habe es so ein hey ich bin wieder Prozent aber er hat er vor allem da so wie er steht uns da hoch da und fliegen von da aus und aus dem Kronen und wir stehen hier auf diesem den Käfig ich und warten auf Prozent dieser immer diese die Alisa ich habe die Karte er herrschen wenn er es gibt es das Spiel geht spiegelt sich längst in meinen und sagt schon Klasse und lustig auf sie ich bin sehr speziell gefühlt hihihi hast du dir denn alter Zuckerwatter gemacht? ich hab mir gestern schon 12 Stück gemacht und ein Kilo Zucker ist leer den wir geholt haben jetzt im Ernst oder? ja off ich bin gefriert, ich sag es doch heute geht es nix den Kilo drauf da bin ich ne Woche nicht da, da kann ich ne Woche keine Zuckerwatter haben sich dein Körper erstmal wieder räumen von dem Zuckerwatter schon scheiß drauf Diabetes Typ B, ich bin unterwegs hihihi Diabetes Typ B, ist gar nicht mehr oh mein unterstützt hier auch Krankheiten wie Diabetes wohlgemie wir nennen sich das selbst für den Zucker her ich merke schon, wenn wir am Ende vier Stück schon vorbereiten für ein paar mit einem Backfleisch auch keine Zuckerwatter mehr hihihi ja so die Zuckerwatter Maschine ist echt geil ohja und seff aber freut mich dass ihr euch alle daran so labt und drüber fuhrt das war das Wachstum und von der Macher es soll schon fast da ich kann auch wieder gehen er kann ja es ist Spaß wir sind es in den Auflöschen Metz ist es schiebten er erkennt sich ja die na das geht wenn sie hier hin und wieder es ist dann nicht nur um es dann ein zu arbeiten weißt du wie ich mir das sagst genau dann wenn ich kaum Geld mit hab danke kann er doch dann noch Geld geben wie viel Geld hast du denn? momentan 864.000 ich brauch dir kein Geld geben denn das reicht das ist immer so ein russischer Zeitpunkt dann wenn ich da bist das reicht da brauchst du 356.000 schreit es aber an wenn ich so wenig dabei hab mit Mann, okay. Baaaaaah, okay. Das war's für mich. Erzähl eine Geschichte. Coupon der Woche bei Burger King. Es ist Crispy Chicken plus Wopper mit einer mittleren King Pommes und 0,4 Coca Cola. Für 0,96. Ja. Sag mal, noch zwei Crispy Chicken zum Price von einem. Zum Price von einem? Auch wenn ich irgendwie trotzdem beide zahlen musste. Ja, schreibt da jetzt schon wieder. Irgendwie so eine komische da. Eine Freundin. Gut, Freundin, schön. Was gibt's noch für Coupons? Ja, Moment, ich muss meiner Freundin erstmal antworten. Natürlich. Jetzt sag, was gibt's für Coupons. Ja, Moment. Haha, das tue ich. Moment. So. Coupons. Langschlecken plus 6 King Nuggets. Mit einer mittleren Pommes und 0,4 Cola. Wie immer. 6,49. Nun, was würd ich mir noch? Was gibt's mir noch so? Dann würdest du keinen ganzen Laden holen. Zwei Langschlecken mit mittlerer Pommes und 0,4 Cola. Für 6,99 würde ich mir noch holen. Ah, was gibt's noch? Big King große Portion Pommes. 3,99. Witzenssatz. Letztens hatten die jenseitbarer Kruppon der Woche richtig geil, das war Long Chicken, chrisWy Chicken. Und in Bikin. So, dass hier der dick 보� webcamiert sind. Das zwei Mal, das zwei Mal. Los geht's. Da liegt am einigen kürzer sein. die Kranke das ist der Weg darf dann einiges kürzer sein ich glaube schon die Welt für die Projekte das liegt nur gerade noch ein Spiel noch ich kann das war ein weiterer von uns vor allem uns aber ich habe gar nicht mitbekommen ich habe den Coupons beschäftigt ja der Weg ist ein deutlich mehr stamm alle Leute gehen lieber von oben um und wir sind schon so zu planen das war gestern ist es 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 sie sagen dass er um die 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 dann noch mal noch mal das ist so es ist gut das geht das ist noch zu stehen aber das ist sehr wichtig vielleicht kann sie dann nicht mehr als das ist was für den stadt das nicht gesehen hat seit 13 seit 13 hat sie noch meinen freund die klinik hat mich halt geblockt die hat mir gestern eiskalt über kassel-sendlich geschrieben muss und schlussendlich nehmt n das schreibt Pur. Hi. Hier. Also ohne E im Hier ist Lina. Ich schreibe gerade vom Siena E am Handy und ich würde dich mal drum bitten, dass du uns fragen wolltest, ob du in Siena E-Raum-Hurse die 5 Euro wirst holen kannst und die Hürse liegt auf meinem weißen Schrank. Und er die 5 Euro in die Stadt bringen könnte, mit einem N, bitte Akaten. Aber der Akaten heißt. Die schreibt den A-K-A-D-E-N. Wie, Jens sollte also ernsthaft wegen 5 Euro in die Stadt fahren und... Ich weiß, was ich drauf geantwortet habe. Nö. Ich frage ihn nicht. Nö. Ihr dürft schon selbst zurückkommen und ja, ich habe euch auch lieb. Ja, aber seit Montag hat sie ja einen neuen. Die hat mich im WhatsApp geploppt. Ab Kürzern K. Ich hoffe nicht, dass es Kevin heißt. Oh doch, bitte lass es ein Kevin sein. Ich wollte schon immer mal einen Kevin im Haus haben. Soll es kein Minion ist, kommt hier kein Kevin rein. Kevin! Mhm. Soll es aber wirklich ein Kevin sein und dann ist alle vor dem Tisch liegen und der Knäff steht in die Bucke. Oh Gott, oh Kevin! Oh Mann, der Arme, der tut mir so leid mit seinen Namen. So, das geht's. Leute, ich seh dich bei mir gar nicht. Achso, jetzt bist du einfach mal aufgetaucht. Jetzt hab ich dich vorher nicht gesehen. Ich hab' noch Stecken gespielt. Vielleicht bin ich später. Ja, aber irgendwann geht's da automatisch, kann man nicht. Nö. Noch nicht mit dir reden, ich muss auch noch. Fällt mir nicht. So. So. Ah, ich bin einfach so. Also das rein und das rein. Und jetzt kann's weitergehen. Ich bin einfach so. Ich bin einfach so weg. S Ich bin einfach sie auf das. die dann die große Schwester zu mir hatte, und die dann irgendwann so, aha, wurde dann nur noch drauf geantwortet, ja, du bist einseitig wie Chris, besonders, dass Fett stimmt. Dann, ah, stüss! Statt, tschüss! Okay. Und dann habe ich dir so ein ganzes Mal geschrieben, hat da einen Duden bei mir, schau mal rein, kannst du es lernen. Ne, bestimmt nicht, Duden ist das für NURZ und Lern erst recht. Nur, NURZ, gell? N-o-r-t-z, die neue Restscheibe von 2015. Oh ja, alter. Und meine Antwort darauf war nur noch, das schreibt man NURZ-Schnucki und glaub mir, ich rede immer mit Mutti, dann kannst du was erleben. Oh Gott! Was ist denn jetzt los, rübergefallen oder wie? Ähm, ja, ich bin schon mal auf dem Weg nach unten. Scheiße! Du bist gut. Es ging nachher. Wollte eigentlich noch ein bisschen warten, aber... Scheiß drauf. Ja, fliege ich ja nächstes richtig zu den Typis. Ja, in Ordnung. Ja, in Ordnung. Ja, in Ordnung. Ja, in Ordnung, genau. Erstmal Heil und Mann kommen und wir haben Flugtränke bekommen, also falls es bei dir nicht reicht, ne? Ja, dann werden wir 2400 Api geholt. So... Da hin. Eine geile Welle! Wiii! Weiß ich wusste, das kommt ja. Circa 13 Minuten. Wiii! Wiii! Aufspielst du zu mir falsch. Ja, gut. Ups. Ja, hoppala. Ja, hoppala. Du bist nicht drauf, danke. Nichts. Da. So. Nee. Autsch. Ja, da ist noch so abartig viel auf. Die Woche. Nächste Woche. Übernächste Woche. Oh Gott, ey. Wann mal. Den Tag und Tag müssen wir den ganzen Tag da, gell? 30. Ja. Nachmittags, wenn ich starke, die Katzen wieder bei Werb nehmen wir auf. Okay. Für die nächste Woche dann direkt. Ja. Gut. Ich werde nämlich versuchen, das immer für zwei Wochen im Voraus wenigstens aufgenommen zu haben. Dass wir da eigentlich irgendwann einen Stress haben, wenn einer von uns nicht da ist. Bist du da? Ja. Ja, er hat ihn einen. Erstmal letztens begegnet. Das war gut. Ja, wir haben ja auch noch Freunde. Ich will so gern dein Freund sein. Da 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 da. Hoi. Ja. Ja. Hatten wir. Ich bin diesmal. Okay. Katzen. Was? Katzen. Magst du denn die Katzen auszeigen? Die kam bei mir auch mit. Achso, okay, gut. Der freut sich. Gut, komm. Hätte sein können, dass er bei dir nicht kommt. Naja, das müsste sie mal irgendwie ergänzt haben. Ich kann mich zumindest nicht drinnen sind, dass es mal irgendwann so war. Und letztens ohne startet, ich nehme mich das Ding noch nicht. Hey, die Mücke bei mir auch geht, ey. Ja, mir geht eigentlich nicht. Ja, ich, weil ich mein Klöt gerade mal vorne halte und hier fahre auf defensiv mal. Hubs, lass ich jetzt mal. Ich fühle mich wie in einer russischen Drogendisco. Ja, was denn? Ich fall ab hier. In Paris steht nur ein Stoffschild, gell? Der Rest sind weiße Flaggen. Genau. So geil. Oh Gott, ey. Wo die Wahrheit wieder mal anfängt. Ja, ja, am Franzosen. Die Franzosen. Die noch nie an einer bedeutenden Schlacht gewonnen haben. Sie müssen sich davor auf jeden Fall schützen. Warte. Ich bin zu wunderschön, um zu fliegen. Sie sehen, die Rescuesquad noch nicht? Brigade General Michaela hat uns hierher geschickt, um die Kaptive zu retten. Wir gehen mit diesem einen nach Temenin-Landung. Wir haben es von hier. Wires erlernen. Wir sind ein- und sie sind einverlässig. Bruni строendisch, umge 지나fenen sich um Vorgang zu Gaphi, Tobi, Tobi, Hobi, die Fubi. Wollen wir jetzt erst mal sechs Parts, die diese Wächter töten, damit wir genügend Arbeitspunkt haben. Sechs Parts, die jeweils eine Stunde lang sind. Das ist bestimmt geil, wenn wir jetzt erst mal so... ... ... ... ... ... ... Das ist ein Kader wer soll ich wieder zurückkommen Nein, schaute ich schon ja, schaute ich schon wenn ich meine auf ernst Ja, ich auch Ey! Ich wollte es hoffen! Gib den wieder her! Meiner! Ja? Moment, ja? Ja wir wollen jetzt erstmal nicht voller Börder So Leute, was sollt ihr denn schon Prise machen? Achso, geil, Termin Moment, kannst du mal gucken wann du Montag kommst? Ähm, muss ich schauen Ja der Part ist sowieso rum, dann machen wir kurz die Verabschiedung und guck dann mal nach Ich spucke jetzt einfach mal nach Ok, da sind aber 25 Minuten nur Einleitung war mit Das wird umgelegt Das wird umgelegt Ist ja auch nicht da, wenn wir uns mal gucken, finde ich ja auch halt schön jetzt, oder? Oder schicken dich gleich irgendwo hin Ist nur an dem Tag wie dieser Punkt Ist nur an dem Tag wie dieser Punkt Irgend so scheiß drauf 43 Wann? 13.40 Na gut, dann würde ich meine Mama prüren müssen Ja Hast du den Part schon beendet? Gell clutch Nein, das kann ich noch So jetzt einfach Ähm, danke fürs Zuschauen Ähm Wir bringen wir uns natürlich auch schon im nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Let's Play Iron mit dem Ty Und an Lisa. Harte rein. Tschüss. Adieu. Hallo.